Gut, und noch jetzt Vanessa's Medley. Ich bin hier. So, gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Ja, die Plüttere gehören leider zur Keimer-Kategorie. Weil sie halt normale Menschen sind. Oder halt normale Leute. So, jetzt mache ich mal ein Quicksave, dass ich hier auch das Richtige tue. Wenn ich mir hier mit Hanwin rede. Um das durchgewachte Holz des Schiffswachs herum haben sich Männer und Frauen versammelt, die mitten des Treibholzes und der Trümmer schlammiger, schlammiges Tafelsilber, verschimmelte Kleidung, angeschlagen, Töpferwand und alles andere aufheben, dass sie sehen. Als du dich näherst, richten sie sich alle Augen auf dich. Die Gruppe tauscht nervöse Blicke aus, bis jetzt sehen ich eine Frau in schlammiger Kleidung vortritt und zu sprechen beginnt. Wo sind Bretter und Terran, will sie wissen. Sie sind eben erst diesen Weg entlang gegangen und wir hörten Kampfgeräusche. Während sie auf deine Antwort warteten, kneift sie die Augen zusammen und führt eine Hand zum Messer in ihrem Gürtel. Wer? Sie haben uns angegriffen. Wir handelten in Selbstverteidigung. Das Frag ist privat besetzt und ihr plündert hier. Wir handelten in Selbstverteidigung. Du hast sie umgebracht? Du siehst, wie Hanwin Tränen in die Augen schießen, bevor sie ihr Gesicht in ihren Händen vergräbt. Die Männer und Frauen um sie herum gehen einen Schritt zurück und betrachten dich vorsichtig. Ich hatte halt keine Wahl. Hanwin schaut auf und fischt sich die Augen ab. Du sprichst von Selbstverteidigung. Nun, wir verteidigen uns gegen diesen Sturm. Sie erhebt die Stimme und ihr Gesicht rötet sich vor Erregung. Die Fluten haben unseren ganzen Bauernhof zerstört und es ist nichts geblieben. Gar nichts. Nichts zu essen, kein Dach über den Kopf. Und jetzt sind auch noch meine Cousins tot. Daran sind sie immer noch selber schuld. Die haben mich angegriffen. Sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Wir möchten nicht gegen dich kämpfen. Wir haben schon genug verloren. Bitte lass uns einfach in Ruhe. Ich bin hierher, um verschwundene Fracht aufzuspüren. Wie hätten deine Cousins für Plünderer? Da ist es nicht an der Tatsache, dass hier Diebstahl begeht. Deine Cousins sind Plünderer, oder? Sie bin zu dumm käufig. Plündern? Aber das hier ist ein Wrack. Welchen Wert können sie schon haben? Die Männer und Frauen wenden sich ihr mit ängstlichen und besorgten Gesichtern zu. Bitte, wir brauchen diese Vorräte wirklich dringend. Der Sturm hat uns alles genommen. Wir möchten ja nichts stehlen, aber wir sind battlearm. Sollen wir denn diese Waren einfach auf den Grund des Flusses sinken lassen? Und genachtet eure Not steht hier vom Perikon. Euer Unglück tut mir leid. Kann ich euch helfen? Vielleicht könntest du den Händlerin berichten, dass du außer Treibholzstücken nichts gefunden hast. Wie sehen wir das so klingen, als hätte der Fluss alles fortgespült. Davon abgesehen, wie viele Kufferstücke könnte sie schon mit dem Verkauf dieser verrottenen Kleidung und beschnutzten Waren verdienen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, sie säufzt und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Du bist das erste Gute, das uns seit langer Zeit widerfahren ist. Haben wir einen Schnipp mit ihren Fingern? Einiger Kameraden zu und deutet auf einen Haufen in die Sonne getrockneter Vorräte. Wir haben zwar nicht viel, aber bitte nehmen dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja. Ich habe einen Einsiedlerhut gekriegt. Immunität gegen Verwirrung und erhöht den Intellekt. Ja, Intellekt. Was macht der Intellekt nochmal? Wirkungsbereich, Dauer und Wille. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich sollte mit der Neuigkeit über ihre Fracht zur Perigons zurückkehren. Die Plünderer, die sich Perigons Vorräte eingerechnet haben, haben sich als verarmte, überlebende Strumze herausgestellt. Ich versprach zu lügen und zu behaupten, dass ich nichts gefunden hätte, damit Hanwe die Fracht behalten kann. Ja, mal sehen. Hier ist auch gar nichts mehr drin. Okay. Die ausgefeiltsten Seilenden treiben im Fluss. Gut, dann schließen wir mal diese Queste auch ab. Edda hat noch mehr als genug Gesundheit. Würde ich sagen, wenn er unter 200 fällt, dann müssten wir vielleicht mal rasten. Aber ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass eher die Gegner auf Erwie gehen. Als du dich näherst, springt Perigons auf die Füße. Meine hilfsbereite Fremde kehrt zurück. Konntest du etwas finden? Selbst wenn du nur noch drei Flüsse gefunden hast. Einer zu wissen, dass diese Plünderer bekommen haben, was sie verdienten, würde mir schon die Stiefelhosen anfeuchten. Ja gut, wir haben uns um zwei der Plünderer widerwillig mehr oder weniger gekümmert. Das muss also dann wohl reichen. Ich habe das Fracht durchsucht, habe nichts Retteswertes gefunden. Den Rest muss das Wasser fortgespült haben. Perigons trifft die Fußspitze mehrmals in die Erde. Das hatte ich fast erwartet. Naja, trotzdem danke für deine Unterstützung. Jetzt muss ich mir wohl überlegen, wie ich mir meine Investition zurückholen kann. Sie hört deutlich auf, mit ihrem Fuß auszutreten und stößt einen langen Seufzer aus. Danke, dass du es probiert hast. Wenn du mal wieder in Trutzburg bist, dann schau doch in meinem Geschäft vorbei. Ich kann jeden Kunden gebrauchen. So, die ist weg. Ich bin immer noch ehrlich und wohltätig. Habe keine Lüge erzählt. Also, keine Lügen-Reputation gekriegt. Äh, gut. Von ihr habe ich jetzt eigentlich ja auch nichts bekommen aus der Erfahrung. Was gut ist, weil da haben wir bald wieder einen Stufenaufstieg. Ah, ja. Ach ja, das ist die Quest. Fährentreibgut. So, Schutze haben wir zu dir auf heute logisch Perigons an und behauptete, ihre ganze Fracht wäre fortgeschwimmt worden. Ja. Und damit haben wir auch die Madmar-Brücke abgeschlossen. Und können uns nun auch den Weg zur Unlocks-Kompass machen. Ja, Unlocks-Kompass. Der ist hier gleich nebenan. Mal sehen, ob wir den in der Zeit, die wir jetzt haben, noch in dieser Aufnahmesession schaffen werden. So, ihr stellt euch mal alle hier auf. Yes. Und, Alof, du wirst mit den beiden reden. Neben einem der Tier der Seen stehen zwei Dörfler. Offenkundig atemlos keuchen sie schwer und schauen nervös zu dir hoch, als du dich näherst. Wenn du zum Fischen hier bist, wie wir es waren, dann solltest du einen großen Bogen um den Kompass machen. Die Zwergenfeuer deutet nach Südosten. Ihr Begleiter schüttelt den Kopf. Da hier viele Schiffe an den Felsen zerstellen, dachten wir uns bei dem Wrack nicht viel, bis wir etwas hörten. Ein schreckliches Geräusch. Ich dachte, dass es vielleicht ein Überlebender sei, aber es war nicht mehr am Leben. Gut, er bewegte sich, aber richtig Libelle war er auch nicht. Sie erschauderte. Es war schrecklich. Was macht ihr beide hier draußen? Angeln natürlich, aber ich habe meine Angeln verloren, als ich sie in einem dieser Monster den Kopf warf. Er seufzt. Wir hatten die Teenen sehen inspiziert und wollten unser Glück unten bei den Felsen probieren. Das hat uns den Schreck unseres Lebens eingebracht. Wir müssen hier mit unseren Netzen auskommen oder aber hungrig nach Hause gehen. Du sagtest, es gebe hier viele Schiffswax. Die Frau nickt immer. Dieser Ort ist wunderschön, aber zum Segeln gefährlich bis dort hinaus. Meistens beißen die Fische hier sehr ordentlich. Sie wischt sich über die Stirn. Ich glaube, nächstes Mal versuchen wir es weiter. Die Küste hoch. Was meinst du damit? Was habt ihr gesehen? Also was habt ihr da eben den Wax gesehen? Leichen, wandelnde Leichen. Egal was der Grund dafür ist, wir wollen damit nichts zu tun haben. Vielleicht können wir noch etwas in diesen Tide-Seen fangen und dann werden wir direkt nach Hause gehen. Also Tide-Seen sind diese kleinen Seen, die entstehen, wenn die Ebbe kommt. Dann lebt wohl. Einen guten Tag. Moment, hast du das gehört? Yo, Saurips. Saurips sind natürlich weinen, sie müssten Edda angreifen. Und ja, Saurips sind auch wilde. Gegen was hat Edda nochmal jetzt seinen Bonus? Ah, gegen Bestien. Warum wackeln die Tooltips eigentlich teilweise so? Ist der von Edda zu groß, dass er sich nicht richtig einpendeln kann? Ja. Meine Götter, was für eine Durcheinander. Danke für deine Hilfe, Fremder. Also, dass ich Schaden, äh, Schaden und Genauigkeitsbonus gegen Wilde, äh, gegen Bestien genommen habe, hat mir bis jetzt fast nicht geholfen. Dieser von der Ebbe zurückgelassene Teich will mir nur so von Kram und kleinen Fischen. Weil Trolle und Saurips sind wild. Banditen sind gar nichts. Und der Rest ist... Bis jetzt, äh, Gefäß gewesen. So. Kämpfen wir gegen Saurips. Sie sollen ruhig Eri eingreifen. Das war wieder eine gute Menge an Zauberts. Da ist was im Sand versteckt. Seite aus Vollwanusreisen. Nach mehreren Tagen unterwegs scheint es so, als ob endlich die Zeit gekommen ist, dass mein Reisebegleiter aus Neuheema und ich getrennte Wegen gehen. Mir scheint, dass wir den Kompass nicht gemeinsam sehen können, aber vielleicht würde er in Gerans Griff eine ebenso schöne Zeit verbringen. Ich habe ihm meine Handschuhe zur Aufbewahrung überlassen, da ich sie bei solch schönem Wetter kaum benötigen werde. Ja. Jetzt wissen wir schon mal, wem Vollwarnus seine Handschuhe gegeben hat. Ich bin hier. Noch mehr Xaurips. Lege es mir an! So, das waren Xaurips. Ich bin hier. Höhlenkoralle. Ja, und in die Höhle brauchen wir erstmal noch nicht gehen. Hier sind Feigens neu bei Xauripschädeln aufgestellt. Ahoi, ahoi! Ich bin hier. Ja, dieser Händler ist neu. Ponamo, Vogelverschmeter. Nett von dir, dass du mit mir plauderst, Freund aus dem Westen. Vor dir steht ein Ermauner mit verfinsten Haaren und zerrissener Kleidung. Mit ausgebleichten Farben. Sein Gesicht ist zerfolgt von einem Muster von dünnen Narben, durchkreuzt von größeren Wunden. Hab keine Kind mehr gesehen, seit mein Schiff gesunken ist. Du hast nicht zu wenig was Geld, dass du loswerden möchtest. Was ist die 1 eigentlich? Weil, das ist hier der Bug, den ich meinte bei dem... Also ja, er ist der Händler, der durch das kostenlose Deathfire-DLC reingekommen ist. Nur mal um das zu sagen. Und das ist der kleine Bug, den ich meinte mit der Übersetzung im Deathfire-DLC. Nämlich, dass der Eintrag 1 fehlt. Also wahrscheinlich ist das die Frage, wer bist du? Du bist ein Schiffbrüchiger? Ei, wir brachten Waren vom Todesfall zu Todsbucht, als sie seinen Sturm vom Kurs abbrachte und wir hier strandeten. Ich bin der einzige Überlebende. Er ruft so kurz die Stirn, da schüttelt er den Kopf und seine Gesichtszüge entspannen sich wieder. Du solltest die Insel des Todesfeuers segeln, meine Dame. Wahrscheinlich, du solltest zu den Inseln segeln. Das ist jetzt mal vor Shadowing auf den zweiten Teil. Einen schönen Ort musst du auf der ganzen weiten Welt nicht finden. Wenn eine wichtige H einem noch weiteres betissogern wollte. Ja. Ich hatte das hier so viele Hone, ich habe alles. Vielen Dank.